Hallo, wie ihr sehen könnt, stehe ich gerade vor Amundation und ja, jetzt gehen wir halt hier rein, um die ein bisschen Daumen zu machen, von der ich euch auch schon erzählt habe. Naja, war für die Zukunft, das weiß ich nicht alles. Das Agentpark, Ballastgebiet. Du musst die feindliche Gänge ausschalten, um dieses Gebiet zu erobern. Okay, mit dem erstmal, äh, hier rein. Hier rein. Hier rein. Oh, Kauf nur Schutzweste. Perfect, Galen. Pure and simple. The revolution is coming. Naja, das ist wohl wahr. Davor mal zum grünen Manneken. Unser Rohr, drei, drei Geschäfte. PCJ. Wäre PCJ gewesen, oder? Ja. Du bist so bewusst zu kommen. Apfelk! Du bist so bewegt. Du bist so leidige, du bist so leidige. Du bist so leidige. Er kann nicht mehr kaufen. Du kannst nur hier auf dieser Station hören. Gott, wir sind so alternativ! Der Rest ist eigentlich im Arsch. So, haben wir die erste Welle jetzt gut überstanden. Warten auf die zweite. Gibt's hier da keine Heilung oder so? Hm. Na ja, drauf geschissen. Immer noch genügend Energie. Oh, mich schießt auf Schieße. Ich will keine Mühlschruppen verbrauchen. Alter, das ist doch irgendwie logisch, oder? Ein Herz. Meins. Who wants to get hit? Huh? Meins. Die Growth Street Families kontrollieren jetzt dieses Gebiet. Auf dem Radar ist es grün markiert. Deine Ganggräder machen in diesem Gebiet auch komische Handwirkungen, wie in der Growth Street. Das Gebiet wird ständig von feuchten Gangs angegriffen. Du musst es verteidigen. Ja, ich schließe extra, du Scheiße. Ja, ich schließe extra, du Scheiße. Ich will sie töten. Ja, du denkst CJ ein B***? Ja, den Lappen machen wir mal kurz kalt. Was machen wir denn noch hier? Leck mich! Schriegst du eh nicht! Dann plötzlich habe ich den Stern weniger. Jetzt holen wir uns mal das Spray raus. Wir springen noch ein Graffiti und dann geht es wieder nachs Weed. Hä, war nicht ein Graffiti? Ach, da ist das! Jetzt renn noch mal, CJ. Wozu sonst kannst du rennen? Kilo Tray. Was? Was ist die Karre? Ey, dann bist du doch! Oh, das ist das! Klaut du mit Karre? Ja, muss halt sehen sein, klar. Karre-Klaun. Ey, gimme dat! Ey, gimme dat! Polygoos, die schämen... Ey, gimme dat! Wo war ich auch? Äh äh... Riffle Tee? Aber hier ist er dann auch schon Wunder... Da daaaan gekackt und nächste Karabit geklaut und andere Auto explodiert die kleine T-Gener kain, hängen mit der Gorilla Mensch Okay, dieses Geldsymbol bedeutet Also, dann kriegen wir immer Geld wenn wir einen Gang war abgeschossen haben oder was hat er jetzt Viemont gegnerische Gänge mit abgeknallt haben Naja, irgendwie kriegen immer Geld Jetzt gibt es eine Werdigung Lass pulkros All those ballsack ass niggas at one time At a funeral Just like Mamas Let's go pop these motherfuckers out Hey look, we gotta go do something real big We gotta go do something real big Put growth sheet on the map for good For life Alright nigga Let's throw Jaaa Das sind voll die komischen Typen Die haben voll die komischen Gesichter Na Komit 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 Was he an AA A gross buff Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so gut. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so gut, dass ich ihn nicht so gut fühle. Sorry. Viel Graffiti ist übersprügend. Das muss doch sein. Wenn wir alle haben. Wenn wir alle haben, bekommen wir ein bisschen was schönes. Das ist der Fall. Wenn wir alles gut tun. Wenn wir alles gut tun. Wenn wir nie unsere Beendung ruinieren wie hier. gut und macht den Tag der Gäste aus ob er sich nur nicht der Vorurtein Bruder und Artikel position zu dem Weg zu gehen Okay. Bury that fool, man! You know I'm... C.J., I'll get us a getaway car, you guys take out the rest of those balls. Oh! 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 Scheiße. Oh. Mann, oh. Naja. Okay. Okay, den nächsten Versuch mache ich dann in der nächsten Part. Tschüss.